Zypern Wir haben einen wunderschönen Tag, 27 Grad und wir haben uns hier den Ort gesucht, wo Aprodite, der Sage nach, aus dem Meer entstiegen ist und sich mit ihrem Alter umsucht. Das sind die Aprodite-Felsen, die kann ich auch gleich nochmal zeigen. Die sind hier im Hintergrund und hier in anderen Felsen. Diesen mystischen, sagenhaften Ort haben wir uns ausgesucht, um unsere Münze dem Wasser zu vergeben Und dazu gleich mehr. Wir werden ein kleines Ritual ausführen. Das Flugwerk, wenn Sie hier auf die Theoretik ausräumen, damit sich energetisch alles öffnen und verbinden kann, überlegen wir eine ebevolle Münze der Felsen. Ich möchte Dir hier nochmal zeigen, wo wir sind. Und zwar siehst Du hier einen Felsen. Wir sind in einer sehr schönen Gruppe zwischen diesen Felsen. Und hier drüten sind dann die verrückten Felsen, die man auch mal sehen kann. Und hier werden wir gleich unsere Zeremonie ausführen. Ich möchte jetzt den fifthen Schmennack. Ich möchte jetzt einen kleinen Schmennack machen, hier drüten hier drüten. Ich möchte jetzt den Absenstarten, hier drüten saubern und siehst du dir. Ich möchte jetzt den nächsten Schmennack machen. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mich jetzt mit etwas Zeolit vorbereitet. Ich habe hier mein Amulett, was ich trage, und habe hier die Münze. Und diese Münze ist genau das gleiche. Die werde ich jetzt an das Wasser kommen. Ich habe hier ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020